So, einen wunderschönen guten Tag. Moin Moin zusammen. Wir sind heute im Zuge unserer tollen Aktion Kaufen Sie regional unterwegs im wunderschönen Ostfriesland. Und genauer gesagt, Kai, ganz genauer gesagt, sind wir in Rauderfehn beim E-Center Schmidt und in Ost-Rauderfehn beim Edeka Schmidt. Da sind wir. So, und was es dort gibt, was es dort zu gewinnen gibt, ist einfach nur sensationell, denn wir haben zweimal Präsentkörbe. Ganz genau. Jeden Wert von 120 Euro Roundabout. Wahnsinn. Richtig tolle Sache. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Also da bin ich echt gespannt, was da alles in so einem Korb drin ist, denn da kriegen wir sicherlich auch mal ein schickes Foto von. Oh, mit Sicherheit. Also Kundenfreundlichkeit wird natürlich hier bei E-Center Schmidt großgeschrieben und entsprechend geht man natürlich auch auf die Wünsche der Kunden ein. Ganz genau. Das Team arbeitet und denkt zukunftsorientiert. Beteiligung an öffentlichen Veranstaltungen, Unterstützung von sozialen Projekten und der Ortsvereine, stetige Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter und vieles mehr zeichnen dieses tolle Unternehmen aus. Also ein Unternehmen nicht nur mit mega tollen Sachen, sondern auch mit einer mega großen Verantwortung und ganz, ganz viel Herz, typisch für Ostfriesland. Genauso ist das, ja. Wir drücken allen die Daumen, sagen toi 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 und fleißig mitmachen. Bis dann. Wir drücken allen die Daumen, 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 die